Ich werde Bücher besorgen, aber das muss ich ja machen. Das ist mir fliegt überall, ich stehe nicht Geld rum. Das ist ein bisschen viel, oder? An Geld. Das ist super schön. Gib Geld. Hier ist man beim Beben der Sicht. Jetzt gibt es Kohle. Das war richtig. Was machen wir hier? Oh, jetzt muss man weg, glaube ich. Ich glaube, warte, 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 erst mal hier zurück. Wo geht es denn, wenn du hier nicht rein gehst? Aha, siehste. Drei Stück habe ich hier gefunden. Ja. Erst mal hebe ich dich jetzt hier hoch. Den hier. Ach nee Gott, das ist doch hier der... Ist das nicht Malfoy? Malfoy, Draco. Der heißt beides, gell? Huiii, Draco. Huiii. Ja, mach ruhig. Huiii, du hast einen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich möchte hier gerne Cold Mirror bedenken. Hier an diesem... ... wunderschönen Platz. Können wir Fotos machen? Also, Ereignisse. Oh Gott, wir müssen hier weg. Ähm, ja genau. Cold Mirror möchte ich hier bedenken. Mit, ähm... Was ist denn da? War das denn? Oh. Ich habe glaube ich gerade einen Bug gehabt. Ui. Sogar hier. So, auf was war ich denn hier hinaus? Ach genau, ja. Seine Eltern sind jetzt in einem Autounfall gestorben. Genau. Ich war das ganze Blut fast gespritzt hat. Seine Eltern, so meine, waren voll Development Party zu feiern. Und dein Name, die kommt eigentlich gar nicht von dem. Sie haben ja mal einen Stein umgeizophren. Wo hab ich denn versteckt? Ich will wissen was das... Hier springt man ab und zu. Hier kann man irgendwie springen und dann... Ah ok. Hier rein und versteck dich. Goldig. Hier oben ist in der Luft Geld. Wir können uns schon wieder nicht split spriegen. Ja ich versuch's. Aber hier fliegt überall Geld rum. Das muss ich doch aufheben. GELD! Wir wollen doch wieder reich sein oder? Oh ich hab ihn kaputt gemacht. Ach guck mal. Aha. Cool gesammelt. Oh. Jetzt hab ich mich hier auch versteckt. Oh du hast ihn schon. Dann holen wir mal. Oder nach oben. So ok. So. Die und dann hier an den Tresen. Hopp. Ähh. Zack. Haha, wir sind so gut! Das ist auch gut! Oh ne, doch nicht, ich brauch was machen, was mach ich denn? Guck mal hier! Dann schieß ich jetzt direkt wieder um! Warte, ich mach irgendwas tolles! Was ist das? Oh, guck mal hier! Tschüss, tschüss! Hat ein bisschen was von Star Wars hier, die das hier umballert. Ach, guck mal da oben! Meine! Oh, ich hab dich erwischt, tut mir leid. Tadam! Wie schön der lächeln kann! Was? Ja, erstmal hier das Geld wieder einsammeln und die Spinne umschütteln. Und den letzten Krug da vielleicht mal oben dran machen, hä? Was ist der denn? Ich weiß nicht, wo da gut drin ist. Das da! Kann ich denn wegschleudern? Hm, da oben ist noch überall, gell? Sieht ihr das? Nein, ich bin gefehlt noch. Äh... Aber ich freu mich auch, was hier mit dieser komische Schlemme da drin ist. Hm, hm, wieder? Ich glaub, da drin Pippen hier. Ich dreh dich einfach in meinem Kreis, guck, dann fliegt sie weg. Ich glaub, das ist ein Dart-Pfeil! Dart-Pfeil. Könnt natürlich sein, gell? Aqua, da müssen wir rein. Ah, da will ich noch gar nicht rein. Geh mir erst oben lang. Was hab ich denn hier? Äh, was mach ich hier? Ah! Hast du gesehen? Das war eine Bowling-Kugel. Und hab... Sehr schön. Jetzt schnelles Geld aufsammeln. Ich kann grad nichts machen. Jetzt. Da ist der letzte Krug. Ah, okay. So, und jetzt gibt's wieder Cola. Mann, wir machen hier einen Terror, gell? Och. Das nervt doch. So. Jetzt nach oben vielleicht, oder? Du-du-du-du-du-du-du-du. Ich geh da rein. Äh, tolle Vorführung. Spaßbrille? Verkleidung? Okay, warte mal. Äh, K und J. J ist ausgewählt. Hab ich nicht verstanden. Hab ich auch nicht verstanden. Hat das sonst Geld gekostet? Ja, gell? Warte, Karottenzauberstäbe. Will ich haben. Okay. Ich hab ne Karotte. Glaub ich zumindest, ob ich irgendwas gerne hab. Bin mir, ehrlich gesagt, nicht sicher. Ja, weil ich schon gekauft hab, glaub ich. Warte, da ist der Kopf. Der kopflose Licht war da. Geld, gell, 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 gell. Na, seht ihr? Oh, guck mal hier. Aha. Ja. Jetzt hab ich grade... Jetzt hab ich grade... Genau, das ist unser Video-Zeugs hier. Ah, jetzt bin ich schon wieder, äh... Aus, äh, K zurück. Okay. So, schnell runter von diesem Ding. Was ist dahinter? Der sieht's in der Filmrolle. Du bist es fix freigeschaltet. Ich konnte mich grade nicht bewegen. Äh... Okay, die geben Geld. Oh, ich kaputt mach. Ich brauche Kunden rum. Ich kann mich töten jetzt, was? Ach, du bist... Warum spielst du mich rum? Ach, guck mal, hier kannst du bauen. Guck. Wenn du alle hast, dann wird da anscheinend irgendwas hingebaut. Und da steht irgendwas. Äh, verstehe. Okay. Aber ich glaub nicht, dass wir alle sitzen werden. BAM! 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 Also ist man hier anscheinend öfters, ja? Haben wir hier alles gemacht? Ja, ja. Na gut, dann weiter geht's, mein lieben Freunde. Also das Spiel ist schon spaßig, muss man schon sagen, ja? Ich hab keine Ahnung, wenn ich mich vielleicht da oben drauf stelle. Wir haben auch nur noch gesamtes Geld, gell? Kann das einer von uns reparieren oder so? Was sollen denn diese blauen Gelddinger hier eigentlich? Sollen die uns den Weg weisen wahrscheinlich, gell? Entschuldigung. Taubentöten. Boah, guck mal hier, ein Telefonzeug. Was? Was? Ja, ich weiß, aber... Achso, man kann die zum Spiel springen. Was hat mir jetzt passiert? Uff! Okay. Also die können nicht nur an Spinnnetzen hängen, sondern überall. Geld! So, da müssen wir unten rein, aber da will ich noch gar nicht rein. Erst mal hier alles angekündigt. Da, 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 da. Guck mal hier, da fangen sie an mit mir zu tanzen. Den, 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 den. Oh, das war schon. Schade. Aber guck mal hier, ein goldener. Goldener Steiin! Für jeden goldener Stein. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da. Oh, ich bin da. Wir sind die Katzeiner, die du am, da, 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 da. Nicht ganz. Ich shoot er wirklich, glaube ich. Ich habe mich alles antritt. Jetzt habe ich mich dazu gedreht. Toll, ist auch so toll, dass einfach alles Geld gibt Oh, den Müll reingemacht und jetzt Oh, sind wir lieb Oh, da kommt einer raus Oh, da kommt er zu golden Güden, Güden Kann ich damit machen? Was ist das? Hast du nicht Lust? Was können wir damit machen? Hm? Hi Ja, aber Ich möchte es nicht Ich will es nicht mal haben Geh weg Ah, das ist ein Schlüssel, glaube ich Ja So eine Art Schlüssel Oder irgendwie sowas Irgendwas macht das, also irgendwas kann man damit machen Ob das ein Schlüssel sein soll? Schlüssel? Ja Aber guck, das ist für irgendwas gut Jetzt ist es grün Ist jemand da drauf? Wo drauf? Ja Müssen wir rausfinden für was Da kannst du kratzen oder so Oh Ich will nicht warm sein Ich weiß es gerade auch nicht Ich weiß es gerade auch nicht Mann, 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 Mann Irgendwas muss doch damit sein Mann, Mann, Mann Oder es ist halt einfach so Aber komm, wir kommen hier doch gar nicht weiter, gell? Doch, komm Hm Hier Hier Nee Damit Vielleicht musst du das hier auch in die Mülltonne reinschmeißen Haben wir irgendwas von der Mülltonne bekommen Als ich den Müll weggeräumt hab? Geld oder so? Na komm, dann gehen wir einfach weiter Achso, ich muss das hier Ah, vielleicht brauchen wir den da unten Einfach mal mitnehmen, hm? Oh, nee, du hast den fallen lassen Gleis 9 3 Viertel Geld, 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 Geld Oh, komm Einfach alles wiederholen Bam, bam, bam Egal ob es fremdes Reikon ist oder nicht Einfach alles zerstört Dann müssen wir uns außerhalb der Schwule einfach aufzaubern Das hat mir gehört, dass du eigentlich noch Smoll geschlagen hast, der hat was verloren, der Kerl. Muggelweißenkind, freigeschaltet. Da kann man anscheinend andere Leute mitmachen oder so, oder? Ein Haufen Geld! Oh, guck mal, hier kann man was machen. Geld. Nur kleine Tiere können in das Röhrchenlappchen. Weasley hat doch ein... So eine Ratte. Was? Du hast mich umgefahren. Hör mal auf. Was kann der? Kann doof sein. Kann er ganz gut. Ach komm, ich hab hier dieses Ding, was der braucht. Hallo. Ah, okay. Jetzt dürfen wir mitfahren. Okay. Will ich aber noch gar nicht. Wir haben uns nur ein Ticket geholt. Ich will da hoch. Und ich will da rein. Ach, Tiere. Das Ding, das ich echt bescheuert steuern, gell. Und ich seh nichts mehr. Hallo? Ich kann nichts sehen. Ich will da raus. Hilfe! Achso, du hast einen gerettet. Wie willst du aus dem Auto rauskommen? Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's nicht. Eieiei. Jetzt. Eieieiei. Mann, das Ding lässt sich echt so gut wie nicht steuern, gell. Besonders, das Ding. Das Ding kennt auch nur einen Vorwärtsgang. Nennennennennennennennennennenn. Boah, hier ist was. Boah hier, da müssen wir so ein... Doch, ich weiß es. Da kann man so ein Rädchen reinbasteln. Du brauchst nur ein Rädchen. Wie könnte das denn sein, das Rädchen? Rädchen? Hat der irgendwas? Da hängt auch ein Rädchen in seinem Ding. Komm, wir geh weg. Du, 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 du. Ja, ich glaub, wir sind noch ein Rädchen. Ich weiß nicht, was ich für die Füße aus. Hast du gesehen? Ja, ich glaub, wir müssen mehr. Wuuu! Yeah, mit dem Chuchu-Zug. Ja, mir ist auch so warm, Schatz. Wir haben auch nur... 28 Grad flucht. Ich glaub ja. Oh, ich wär jetzt gern noch im Zug mitgefahren. Sichtlich. Ich hab keine Ahnung. Ich würd sagen, irgendjemand. Ich würd die Mülleimer ausräumen. Ich würd die Mülleimer ausräumen. Ich wühle im Müll. Ey! Du nimmst mich grad hier auf der Guck, glaub ich, gell? Doch, guck hier. Guck! Wolltest du mich hochnehmen, oder? Ah ne, wenn ich da auf die Gleisenrechte passen kann. Aaah. Äh, was bin ich denn da? Profi. Uuuuh. Verrauschend. Da kann man auch irgendwas machen. Zack! Komm wieder mit kleinen Tieren. Was soll man denn diese blöden kleinen Tieren herbekommen? Uuuuund. Ganz gemacht. Wann die erst noch? Dass wir dann der Walz durchtrocknen und so ungefähr stehen? Ja. Ich bin ja nicht vorbei an dir. So ist einfach zu dick. Ja. Ach Gott, da oben war grad. Oha. Ich hab ne Uhr kaputt gemacht. Nur um an einen blöden goldenen Stein zu kommen. Ich komm hier auch irgendwie gar nicht rein. Aber ich seh da Geld drin. Ich will an das Geld da rankommen. Geld, 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 Geld. Ich muss das nur entficken. Ja, jetzt muss ich das nicht. Ah ja. Panoswache freigeschaltet. Ihr Mino. Ich bitte gek şunu, du bist. Gli pesar Pocahne! N- Engach. Frage und O dazu. 였ze. Limon.